Die singende Nachtigall Die singende Nachtigall geht dieses Jahr an Ruedi Topler, auch bekannt als Playmobil. Er, die eben nicht nur eine musikalische Persönlichkeit ist, die sich durch innovative Soloprojekte hervortut, sondern eben auch als gefragter Kollaborateur. Er ist eigentlich irgendwie immer am Arbeiten. Er findet seinen neuen Sound, und nimmt das mit in seine Klangwelt und ist auch immer hilfsbereit. Das heisst, er ist Tontechniker mit seinem eigenen Studio, ist Live- und Studiomusiker oder eben auch Musiklehrer. Ein Mensch, der nicht nur für sich selber neue Welten kreiert, sondern eben auch im Zusammenarbeiten mit ganz vielen anderen Menschen. Ohne ihn wird der ganze Kuchen in Winterthur noch halb so gut schmecken. Aber das wäre dein Preis. Wow, so schön. Wow, danke viel, vielmals. Danke euch, dass ihr den Preis überhaupt ins Leben gerufen habt. Natürlich hört auch nicht auf. Ich möchte das zurückgeben. Ich finde es ein Loblied auf das Guckumal.